es ist ein grüß zu halo 5 guardians multiplayer sport und ganz cool mit halo so weißt du es kommt ohne scheiß wieso habe ich ihn nicht getroffen wollte mich jetzt ganz verarschen es gibt es doch gar nicht ich habe die ganze zeit auf diesen idiot hingezielt fängt schon wieder gut an alter so was geht ja voll nicht ab ich wusste es ich werde einfach überrascht essen arsch typ es los jetzt ohne kacke kriegst du auch die pimpanellen bei was sind das für typen ehrlich jetzt sehen tot sie nicht mal sterbe ich hasse danke so spacken mäßig naja kann ja nicht alles haben fängt wieder toll an aber gut ich wollte einfach wieder bock ein bisschen kacke ja natürlich klar dass ich auch sterbe warum auch warum sollte es überleben wäre auch zu einfach gewesen auf jeden fall hatte ich einfach wieder bock drauf ein bisschen weg vom ganzen kletterer datt weg mit dem da keine ahnung wer wie er da erwischt worden ist aber scheiß der hund drauf gegenseitig so lasse ich es mir leben sondern dass ich auch mal gegenseitig kälte also dass man mal einen erwischt das ist doch schön wenn man die führung übernommen hat fragt sich nur noch wie lange gleich ich kenne das ja siehst du da fängt schon wieder gut an sterben die hier an der ecke bestimmt gleich am laufenden mann ja guck mal warten typ alter ich hab hier oben alter hat ein typ ist ein monster ist das ist einfach nur ein monster richtiges vieh ist das wo bringt er die jetzt um keine ahnung ein typ möchte ich jetzt gerne mal selbst erwischt okay ich hab verpasst ja spawner da wo er dich killt klar alter ein typ der alles hier mal reingegangen ist das martin ja lass mich auch mal überleben genau wo war er im ernst wo war dieser typ gott wo war er denn klar ich habe ja kein problem zu verlieren aber die art manchmal wie ich verliere ist einfach nur ätzend das ist das naja manchmal siehst du einfach die kollegen und dann also die gegner und dann gibst du einfach nur tot um das ist das so ein blauer feld war klar dass ich als letzter rumtunnel darf im ernst jetzt ich war überhaupt nicht zu gebrauchen ich habe die meisten tode fast drauf ok nicht die meisten alter nur fünf gilt krass das gibt es ein bisschen fängst nein ist kein rage modus aber manchmal fängst du gerade mal an hast ein gefühl von einem guten flow und dann kriegst du richtig aber so richtig einen einlauf aber ohne am besten ohne fachliche ärztliche kräfte sondern einfach so ein so ein noob anfänger die einen einlauf verpasst heißerweise garantiert dass es weh tut alter ist egal sehen wir uns in der nächsten folge ich hoffe das wird irgendwann besser kotzt einfach nur an kotzt ist egal Däumchen wäre ein Däumchen Abo wäre schön und natürlich Alpha Chief Club besuchen Xbox Live mit dabei sein und dann hilft mir einfach auf die Sprünge und wir sehen uns in der nächsten Folge euer Alpha Chief Ciao